So, und weiter geht's mit Let's Play Minecraft. Wir holen jetzt ein bisschen Erde, machen das mit Glas dann noch fertig und dann bauen wir unser Riesengebäude. Aber ja, erstmal brauche ich Erde. Ich hab so viel Erde und ich tu das einfach weg. Erde braucht man immer. Sieht jetzt nicht so schön aus wie Kiesen mit Sand gemischt. Aber wir fehlen später noch ein bisschen Gieß. Verlasst euch drauf. Gut, ähm... Das Wasser fließt, das gefällt mir nicht. Hier ist auch nochmal ein bisschen... Gut, das sieht doch schon mal... okay aus. Außer das hier. Jetzt sieht's okay aus. Einigermaßen. Okay, ähm... Wir holen jetzt den Sand. Tun die Eimer zurück und die Wolle. Und dann gehen wir wieder an die Arbeit. Gut, erst tun wir die Eimer zurück. Dann die Wolle. Setzlinge tun wir auch mal zurück. Das tun wir zurück. Die Wolle tun wir auch zurück. Die Wolle tun wir auch zurück. Die Wolle tun wir auch zurück. Yes, das war's. Es wird jetzt auch langsam dunkel. Ich guck mal, wie viel Sand wir verbrannt haben schon. 42, das reicht auf jeden Fall. Und hier nochmal 27. Ja, das reicht mal dicke, glaube ich, hinne. Ich gehe zum Beispiel nach draußen. Opfer mich tapfer, damit ich das jetzt zu Ende bauen kann. Ein Mann muss tun, was ein Mann machen muss. Tun muss. Äh, ups, scheiße. Gut, 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 gleich ersticke ich hier. Ähm, soll ich ein Dach machen? Ich bin mir nicht sicher. Doch, ich mache einfach mal ein Dach. Ich will ja nicht, dass die Spinnen mich angreifen, wenn ich irgendwie ernte oder so. Ah, da brauche ich noch mehr Sand, ne? Mein Gott, ey. Wie viel Sand ich brauche? Aber ich würde sagen, wir verbrennen wir und dann bauen wir halt was Neues. Jetzt habe ich nicht gedacht, wie lange ich aufnehmen muss. Scheiße. Doch, ich würde einfach mal so sagen. Gott, mal. Ähm. Doch, bis... 50. Ja, oder? Warte mal. Ja, doch, bis 50. Bis 50, gut. Ihr checkt gerade zweifelig, was ich labere, aber... Bis 50. So. 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 Schöner Sternenhimmel. So. Ja, äh, irgendwie sage ich immer gerne, so, wenn ich springe und irgendwas baue. Ich denke dann irgendwie, ich bin cool und so und das war scheiße. So. Dreck. Der Bambus ist echt schon ganz schön hoch geworden. Hallo? Ich will doch kein Glas auf Bambus bauen. Sehe ich ihn auch. Ich muss das mal ein bisschen verkürzen hier. Geht gar nicht. Sehe ich ja nichts. So, gut. Ähm. Dann gehen wir erst mal hier machen. Und dann bauen wir unsere große Sache aufs Stein. Ja. Aus Stein. Dann würde ich sagen, wir holen uns schon mal unseren Stein. Das war die falsche Truhe. Wir haben nicht mehr wirklich sehr viel Stein, aber... Wir haben noch etwas, ne? Gut. Dann gehen wir jetzt Heier machen. Gute Nacht. Auf und immer wiedersehen. So, und es geht weiter. Äh. Wo? Jetzt muss ich jetzt mal gucken, wo ich das hinbauen könnte. Wo auch genug Platz, ja? Ich würde sagen, ich baue es einfach mal nach... Ah. Jetzt, wo ich schon, ähm... Wenn ich jetzt Dreck habe, kann ich das auch ausfüllen. Das sieht ja scheußlich aus. Das kann man doch nicht mal angucken. So. Gut. Dann würde ich sagen, wir bauen unser neues Haus aus Stein hier oben hin. Ich brauche erst mal meine Schaufel. Ach, die habe ich im Inventar. Ich glaube, ich habe alles immer in dem Inventar. Ich finde es nie. Gut. Stein habe ich genug. So. So. Ich gucke mal, wie groß das Gebäude wird. Schauen wir einfach mal. Also, das wird jetzt nicht so übelst fettriesig. Aber, ne, das wird schon... Ich würde sagen, das reicht so. Ja, so reicht das. Auch wenn das jetzt noch schwebt. So. Bäume sind alle noch im Weg und es ist noch alles unsymmetrisch und so weiter und so fort. Aber das bessere ich aus. Das muss noch viel länger. Das ist viel zu... Einen noch. So. Und ich würde sagen, du wirst das Haus in der Größe ein bisschen vor mir und das ist ein Baum. Den muss ich fällen. Baum fällt. Bob, der Baumeister. Bob, der Baummeister. Können wir das schaffen? Warum singe ich jetzt so einen Scheiß? Weil ich's kann. Nicht. Gut. Den Baum fällen wir jetzt auch nochmal, weil der auch nervt. Immer diese Bäume, die nerven wollen. Das gibt's doch gar nicht. Mir nichts Besseres zu tun. So. Das fülle ich jetzt mal mit Erde aus. So. Ich befürchte, dass da ein Stack eher nicht gereicht hat. Leider. Na, schade. So sei es drum. Gut, dann fange ich schon mal an hochzubauen. Böp, 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 böp. Und da steht eine Kuh. Hallo Kuh, wie geht's hier? Mir geht's ziemlich... ziemlich, genau. Oh, gehst mal weg. Oh, hallo. Da hab ich keine Zeit, tut mir leid. So. Ich werde da einfach nicht verschwinden wollen, ne? Das gibt's nicht. Immer diese Blätter. Ich würde sagen, diese Höhe mache ich noch. Und dann haben wir schon mal angefangen mit unserem Haus. Oh, dieser Baum, ey. Das gibt's doch nicht. Gehst du mal bitte weg. Ab mit dir. Ne, ich hab ne neue. Aha, was willst du jetzt sagen? So ein Drecksscheiß. Ja. Geh kaputt. Boah, große Bäume kotzen mich so an, ey. Ich hoffe mal, das war's jetzt. Ja. Müsste das gewesen sein. Der ist jetzt tot. So. Dann geht's mal weiter hier. Weiter im Schritt. Da ist noch ein Blatt. Da auch. Kannst du bitte mal gehen? Und wie, ich muss später noch Steine fahren wieder. Das gibt's doch nicht. So. Alles nochmal einsammeln. Dann hätten wir das hier auch erstmal angefangen zu bauen. Gut, ich hab noch Sand-Dateien. Ich füll das hier jetzt erstmal wieder aus. Das sieht ziemlich scheiße aus. Gut. Dann. Ähm. Jo. War's das, glaub ich, auch erstmal wieder. Das waren wieder drei Folgen Minecraft. Wie schnell das einfach mal geht, ne? Na, warte mal. Wenn ich das jetzt im Rekord noch schaffe, dann kann ich die 23 nur verbrauchen. Mh. Dum, 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 dum. Lalalalalalalalalala. Der Bambus ist wieder gewachsen. Schön, Skelett. Ich mag Skelette nicht. Es ist irgendwo unterirdisch. Was kann ich schon riechen? Gut, dann war's das fürs Erste mit Let's Play Minecraft. Wir sehen uns dann beim nächsten Part wieder. Bis denne. Ciao, euer Super Siemens. Bis denne.